Russische Drohnen haben am frühen Morgen Wohnhäuser in Kharkiv angegriffen. Das berichten ukrainische Behörden. In einer der Angriffswellen seien drei Rettungskräfte getötet worden. Laut dem Bürgermeister von Kharkiv hat ein Angriff einen Brand ausgelöst. Teile des Gebäudes seien zusammengestürzt. Am Morgen suchten Rettungskräfte unter den Trümmern noch nach Überlebenden. Die Zahl der Todesopfer beläuft sich insgesamt auf mindestens vier. Und von Moskau aus Boho beachtet mein Kollege Christoph Wanner den Krieg in der Ukraine. Hier ein Überblick von der Front im Brennpunkt Donetsk. Es gibt jetzt eine Meldung aus dem russischen Verteidigungsministerium, die ich nicht verifizieren kann. Sie besagt, dass Russland seit Jahresbeginn 400 Quadratkilometer in der Ukraine erobert haben will, haben soll. Und das würde einer Fläche des Stadtgebietes Köln entsprechen. Insgesamt scheint Russland mittlerweile tatsächlich 20 Prozent des ukrainischen Territoriums zu kontrollieren. Dazu gehört auch die Schwarzmeerhalbinsel Krim. Und das wäre dann eine Fläche so groß wie die beiden Bundesländer Bayern und Baden-Württemberg zusammen. Wenn wir an die Front gucken, da ist der Hauptkriegsschauplatz nach wie vor die Provinz Donetsk. Es geht da für Russland nur sehr langsam, sehr zäh voran. Man muss dazu sagen, auch zum Teil unter schweren Verlusten. Es geht nach wie vor um Orte westlich von Avdeevka, wie zum Beispiel Berditschi. Oder auch um Orte westlich von Bachmut, wie die ukrainische Kleinstadt Tschisofjar. Da sollen die Russen nur noch 600, 700 Meter vor der Stadt stehen. Es geht voran, wie ich gesagt habe, aber eben sehr langsam. Und das ärgert einige russische Kriegsblogger, wie wohl vor allem auch Michael Swinczuk. Das ist der Chef des Telegram-Nachrichtenportals RIVAR. Und er sagt, wir müssen die ukrainische Energieinfrastruktur noch stärker angreifen. Es gehe darum, den Ukrainern die Substanz zu entziehen. Man müsse dafür sorgen, dass die Waffenproduktion gestoppt wird. Und wenn sie keinen Strom mehr hat, dann kann sie auch nicht mehr produzieren. Und es gehe darum, auch den Nachschub für die ukrainischen Truppen zu unterbrechen. Wenn da kein Strom mehr da ist, dann würde da auch nicht mehr viel gehen. So Michael Swinczuk. Und jetzt geht der Chef des Nachrichtenportals RIVAR sogar noch einen Schritt weiter. Und spricht davon in seinem jüngsten Post gestern Abend, dass man darüber nachdenken müsse, sogar die AKWs, die Atomkraftwerke in der Ukraine anzugreifen. Sicherlich nicht die Reaktoren oder die Orte, an denen die Brennelemente gelagert werden. Man wolle ja schließlich kein zweites Tschernobyl, aber man müsse eben die Generatoren angreifen oder dafür sorgen, dass die AKWs die Ukraine nicht mehr mit Strom versorgen können. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht es hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken. Vielen Dank.